In welcher Zeit lebst denn du? Für 5 Jahre. Heutzutage kann man froh sein, wenn man sich einen High-End-PC holt und der dann wirklich mal 2 Jahre durchhält. Ja, wenn der Konsolenkrieg ausbricht. Ich glaube, das wird der nächste große Krieg. Der nächste große Krieg, der aber dann die ganze Welt betrifft, wird der Konsolenkrieg. Wir werden uns gegenseitig mit Playstation, mit Xboxen... Mit Ween. Ween, Wee, also Ween, ja, ja, ihr kriegt nichts zu essen. Ihr müsst vor Augenern hier. Kannst du mir was aus dem Kühlschrank geben? Können wir nicht Silvers holen? Ja, ist aber dein, wer stellt seinen Kühlschrank eigentlich ins Wohnzimmer? Wie? Warum wohnst du mehr denn? Du hast ja doch einen Mini-Kühlschrank stehen, oder? Mini-Kühlschrank? Ja, ganz witzig, er meint meine neue Xbox. Das ist die neue Xbox? Ja, tu doch nicht so, als wenn du das nicht weißt, Mann. Ohne Scheiß, ne? Wo ich die neue Xbox mal gekauft habe und erst mal das klubbige Ding... Also die meisten finden das Ding ja schön, ne? Aber ich finde, Designstechnisch, ne? Das Ding scheiße. Das ist einfach nur ein Würfel. Ne? Das ist, ich weiß es nicht. Also ich kann damit nichts anfangen, ne? Ich habe mir schon überlegt, dass ich die Xbox vielleicht nehme, wenn ich mal... Weiß ich nicht, wenn Schrank... Ne, wenn unten so ein Fuß abbricht, kann man ja die Xbox nehmen, ne? Und als Fuß ersetzen, ne? Und dem mal kann man zocken, ne? Und der Schrank kibbelt nicht mehr. Denkt mal drüber nach. Sorry, ich dachte wirklich, das wäre ein Kühlschrank. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Mini-Kühlschrank. Was lerbes? Das sieht ja wirklich aus wie ein Mini-Kühlschrank. Ja, sag ich dir. Geil, dass man irgend jetzt kaufen kann. Ich sag doch nur, dass ich bei dem Anblick Bock drauf hätte, mir eine kalte Dose rauszunehmen. Jedes Mal, wenn die neuen Konsolen rauskommen, geht dieser Streit los, Junge. Meine Playstation sieht halt auch nicht komisch aus. Die sieht schon so ein bisschen aus, als könnte ich mir daraus ein Espresso ziehen. Ja, das stimmt ja. Ich hab doch ein bisschen was von diesem weißen Roboter-Mädel aus Wall-E, ne? Ihr könnt gerne die ganzen PS5-Memes runterrattern jetzt hier, wenn ihr wollt. Was bist du denn so empfindlich auf einmal? Dafür hast du dich ganz schön über die Xbox lustig gemacht, grad. Was bist du eigentlich? Du holst dir da eh keine Konsole, sondern... Ich wollte gerade sagen, PC-Spieler. Ja, und? Ja, den kannst du gar nicht mitreden, du Angeber. Angeber? Leute, wir kriegen uns auch jedes Mal wieder das Kloppen hier, ne? Playstation ist meiner Meinung nach die beste Konsole auf der ganzen Welt. Ich meine, die heißt ja auch schon... Also, das Thema witzigerweise haben wir auch voll oft auf Arbeit, ähm, und, ähm, Grüße gehen übrigens raus. Äh, ich bin der Einzige übrigens, äh, auf meiner Arbeit, der eine Xbox hat. Wirklich der Einzige. Die haben alle eine Playstation oder PC. Und, ich bin so der Meinung, dafür könnt ihr mich heten, äh, beide Konsolen haben ihre Vor- und Nachteile. Beide Konsolen sind mega genial. Ich finde einfach, die Exklusivtitel, da brauchen wir nicht drüber reden, sind auf der Playstation einfach geiler. Punkt aufs Ende. Da will ich nicht drüber reden, äh, da, da muss, das muss ich knadlos eingestehen, dass die, ähm, Exklusivtitel viel geiler sind. Klar, wir haben immer noch, äh, große Marken wie Gears of War, Halo. Ähm, was ich aber an der Xbox schöner finde, sind einfach, ähm, ja, die ganzen, äh, Services, ne. Also, ich finde zum Beispiel den Game Pass sehr cool, gerade für die Leute, die jetzt nie, äh, dafür Geld haben, immer wieder ein Spiel für 80, 90 Euro zu kaufen. Die haben halt die Möglichkeit, über den Game Pass, äh, viele Spiele mal auszuprobieren und vielleicht irgendwann, weil die viele Spiele werden ja auch von Game Pass entfernt, kann man ja trotzdem dann irgendwann sagen, okay, ja, es hat mir gefallen, ich hol's mir jetzt. Ne, weil man ja auch den Fortschritt dann weiterspielen will. Aber ich finde, ähm, hat, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ganz einfacher Punkt. Play Station, das steht für Spiel. Ja, schön, dass du Play ins Deutsch übersetzen kannst. Ja, ich wüsste halt nicht, warum ich meinen leistungsstarken PC gegen eine schwache Konsole tauschen sollte. Ja, die Xbox ist ja wohl auch leistungsstark, was laberst du denn? Ja, PC-Spieler haben wenigstens ein bisschen Skill, ne? Du erzählst hier schon wieder so ein Blödsinn, hast du auch keine Ahnung. Das ist, wie du haben uns also vergessen hast, wie meine Banane isst. Na, ist das okay, wenn ich die letzte esse, oder? Ja, klar. Danke dir. Na, so geht das aber nicht, du. Sag mal, was machst du denn, da? Ich ess meine Banane, wieso? Warum isst du die denn so bekloppt? Bist du nicht ganz dicht, oder was? Ich ess die schon immer so, da bist du von mir. Kannst du bitte aufhören damit? Sag mal, lass mich meine Banane hier essen. Stell dir mal vor, scheiße, ihr seht so jemanden irgendwo unterwegs eine Banane essen, ne? Also, ne, da würde ich so, es gibt ja so Sprüche, ne, ihr kennt das ja so, Menschheit ist verloren, ne? Aber wenn ich sowas sehen würde, ich würde mich dann in Sprüchen anschließen, ne? Menschheit ist verloren, eindeutig. Was für willst, Junge? Bist du auch ein Trinkpäckchen? Ja, ist immer noch besser, als wenn ich die Banane so essen würde, wie du. Wie ess ich die denn? Ja, so. Sehr witzig. Was genau hat dich denn dazu bewegt, wieder eine Xbox zu kaufen? Ja, ich hatte halt die 360, dann die One und ich wollte halt bei Xbox bleiben. Und du wolltest dir einen Kühlschrank sparen. Ja, und du wolltest den Router sparen und hast deswegen die PS5 geholt, oder? Sieht ja auch gleich aus. Jungs, mal abgesehen von der Optik jetzt, warum habt ihr euch eigentlich keinen PC gekauft? Oder mit anderen Worten, warum seid ihr dämlich? Also, beim PC, ne, also, ich hab einen leistungssteigen PC. Das Problem ist einfach nur, ich bin nicht gewillt heutzutage für einzelne Komponenten, für, also, wie zum Beispiel für die GPU, über 200 Euro zu bezahlen. Dafür, und, klar, man kann übelst viel aus dem Computer raus, und man kann natürlich auch viel mehr mit dem Computer machen. Und, ähm, klar ist die Grafik auf dem Computer immer besser. Ne, es wird nie in die Konsole rauskommen, weil es funktioniert gar nicht, weil die Konsole müsste man jedes halbe Jahr eine neue Grafikkarte einbauen. Vielleicht kommt irgendwann so eine Konsole raus, wäre cool. Ähm, aber, technisch gesehen, kommt natürlich keine Konsole an den PC ran, aber, ich muss dazu sagen, ich mag das einfach, das Gefühl, den Controller auf der Hose zu, äh, also, sprich, den Controller in der Hand zu halten, die Vibration zu spüren und einfach so zu, so zu chillen, ne, Bierbauch raus, Controller drauflegen und einfach so, oh, oh, ne, ohne hier, so, krumm Rücken machen und dann, ah, hm, ah, oh, scheiße, mag ich halt nie, ne, ich finde jetzt einfach auf die Couch-Flacken, ähm, auf den Kölner Dom-Flacken und einfach Controller auspacken aus der Hose und dann wird gezockt. Finde ich halt geiler. Und halt, wie schon gesagt, ähm, PC immer wieder neu aufrüsten, immer wieder neu aufwenden, da holt man sich eine Grafikkarte, äh, weiß nicht, für, ne, ich muss 5000 Kredite aufnehmen, dass ich mir die Grafikkarte holen kann, man stürzt sich in Schulden, man wird irgendwann durch die Scheiße obdachlos, nur, dass ich eine schöne neue Grafikkarte hab und nur, dass ich, äh, zwei, drei Frames mehr rausholen kann. Finde ich kacke, wilde ich nicht. Ja, sagt derjenige, der sich eine Grafikkarte für einen Monatslohn kauft, oder was? Ja, aber mein PC hält dann auch ewig. Meine Brote. Das glaubst du wohl selber nicht. Ja, na klar. Ich meine, alleine, was du dafür brauchst, Maus, Schreibtisch, PC, Monitor, Tastatur und so weiter und so fort. Ja, und das holst du dir einmal und dann ist gut. Ja, gibt man einmalig 10.000 Euro aus und dann schon hat man alles für fünf Jahre, ne? Ich hatte tatsächlich schon mal... Ja, für, hä, 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 in welcher Zeit lebst denn du? Ja, für fünf Jahre. Heutzutage kann man froh sein, wenn man sich einen High-End-PC holt und der dann wirklich mal zwei Jahre durchhält, ne? Ja. Ich hatte die ganze Zeit panic, dass neben mir ein Flugzeug startet, so laut war die... Ja, wenn du deine Butze nicht sauber machst und das Ding sich die ganze Zeit so dicke Staubflusen zieht, ist das klar. Meine Wohnung ist ja wohl total sauber. Meine Bude ist total blau und du rauchst nicht mehr. Bei dir behalte ich die Maske freiwillig auf. Da ist die Luft runter viel saurer, Junge. Ja, wenn ich in deine Bude komme, dann sehe ich aus, als hätte ich ein Jahr auf dem Bau gearbeitet und habe nicht einmal meine Klamotten gewaschen. So dreckig ist das da. Ich wünsche, dass mein Handy den Nebelschein wäre. Aber ich arbeite nie auf dem Bau. Okay, ich habe es verstanden. Meine Wohnung ist dreckig. Und PC ist scheiße. Dennoch wird Cyberpunk 50 bei mir auf dem PC zum Beispiel am besten aussehen. Das würde ich nicht sagen. Ja, aber 100%. Ja, aber am entspanntesten können wir Konsolenbesitzer das auf der Couch zocken. Ich kann meinen Schül auch entspannt zurück machen. Ich will sowieso nicht umstimmen. Ich wechsle eh nicht auf dem PC. Ich hole mir auch keine Konsole. Ich hole mir auch keine Xbox. Ja, PC hat natürlich ein paar Vorteile mehr. Ja, und warum labern wir dann hier rum? Ja, das weiß ich auch nicht. Hallo, die Hand. Hat jemand Lust, mit mir mobile Spiele auf dem Telefon zu spielen? Alter. Dem würde ich sofort vom Final-Kreis rausgehen. Sofort. Der wäre bei mir. Also, da drüber redest du gar nicht erst. Da drüber redest du gar nicht erst. Der wäre sofort, würde ich sagen, hier, Freundschaft gekündigt, verpiss dich. Wir würden dir nichts mehr hören. Ja, und somit ist der Konsolenkrieg Geschichte. Also, ich gehe und hole mir der Banane. Ich gehe gucken, was im Kühlschrank im Wohnzimmer ist. Ja, dann gehe ich mir Despresso ziehen. Sehr witzig. Sehr witzig. Ah, schön. Ja, ja. Der gute alte Konsolenkrieg, ne. Ich glaube, das ist so ein Thema, das, obwohl ich sagen muss, Microsoft und Sony, die sind selber dran schuld. Gerade das große Thema mit Activision Blizzard. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Das muss ja noch von der Behörde genehmigt werden. Und Sony hat da jetzt ihre Sicht gesagt. Die haben gesagt, ja, die werden uns die Spieler wegnehmen. Und die werden bestimmt das Spiel dann irgendwann im Laufe der nächsten Jahre nur noch auf der Xbox laufen lassen. Und werden uns keinen Zutritt mehr lassen. Und die Microsoft argumentiert damit, wir würden in der Marktwirtschaft kaum Schaden anrichten. Sony wäre immer noch einer der meistverkauftesten Konsolen oder einer der besten Marken. Und so weiter und so fort. Also, die heizen das halt selber übelst krass an. Aber ich finde es Spaß nicht. Also, ich würde mir auch eine Playstation zusätzlich holen. Weil einfach die Exklusivtitel sind geil. Ich mag zwar auch nicht so ganz den Controller. Aber allein nur für die Exklusivtitel lohnt sich wirklich die Konsole, die Playstation. Ich mag halt, wie schon gesagt, die einzelnen Angebote von Microsoft ein bisschen mehr. Gerade so der Game Pass. Gerade für die Leute, die vielleicht nie unbedingt 5 Milliarden Euro auf dem Konto haben. Habe ich jetzt noch nie so oft gehört. Oder nie unbedingt 1000 Kredite am Laufen haben. Für die ist sowas dann relativ komfortabel. Und gerade wenn solche Spiele längere Zeit dann im Game Pass planen. Viele bleiben ja auch komplett im Game Pass. Kann man halt die Spiele dann durchzocken und dann das nächste anfangen. Also, es hat alles Vor- und Nachteile. Es hat alles Vor- und Nachteile. Aber wenn dann irgendjemand kommt, hier von wegen Mobile Gaming. Ne, mit solchen Menschen will ich nicht reden. Ne, vorbei. Ne, da will ich einfach nicht reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original-Video an. Vielen Dank für den Vorschlag. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst Liebe da. Guckt immer die Original-Creator an. Haut rein und tschüss.